Ich habe hier mal unsere Lagerverwaltung AEWWS Lite gestartet. Ich habe die Demo-Datei Muster.xml geöffnet und befinde mich aktuell im Arbeitsplatz. Das heißt, die Datei wird mir hier angezeigt. Filter sind gegenwärtig nicht gesetzt. Und ich kann jetzt beliebig mit dem Buchen oder was auch immer ich machen möchte beginnen. In meinem Fall geht es mir um Lagerorte. Lagerorte oder Einsatzorte verstecken sich unter Listen. Lagerort. Dort kann ich eine Reihe von Lagerorten definieren. Ich kann sie erstmal grundlegend angelegen. Zum Beispiel, was auch immer mir da fehlt. Momentan werden die Lagerorte angezeigt, die existieren. Ich kann auch Probleme sein hinzufügen, indem ich sage, wir arbeiten. Und wir bringen mal eine Raumstation dazu. Alpha, Raumstation Alpha. So, ihr seht, jetzt ist eine Raumstation Alpha aufgenommen. Die Liste wird mit OK gespeichert. Dann ist sie auch gesichert und steht ab sofort zur Verfügung. Das wäre die Idee mit dem Lagerorten. Jetzt gibt es ein Lagerortmanagement. Das nennen wir Lagerortdynamik. Wenn ich darauf klicke, werden mir alle Lagerorte angezeigt. Und ob sie belegt oder frei sind, dann kann ich zum Beispiel entscheiden, wo ich Artikel einbuchen will. Meine Raumstation Alpha hat noch keinen Artikel. Das heißt, die ist absolut leer. Der Lagerort oder der Einsatzort Raumstation Alpha ist leer. Beispiel der Sternenzerstörer A467. Dort ist dann ein Artikel eingebucht, die 7100. Und die Möglichkeiten, die ich hier bekomme, hier wird mir quasi immer angezeigt, welche Artikel schon auf welchen Lagerorten liegen. Oder ob Lagerorte verfügbar sind. Ich kann jetzt zum Beispiel jederzeit sagen, wir brauchen Photonentropodos. Davon haben wir 571 Stück. Davon sollen jetzt mal 20 Stück in meine neue Raumstation kommen. Dann gehe ich auf den Punkt Umlagerung. Da ich eine Teilmenge umlagern will, sage ich Teilmenge splitten. Und würde in diesem Moment jetzt sagen, Menge, ich brauche 20 Stück. 23, 23 nehmen. Ich wähle als neues Ziel meine Raumstation Alpha aus. Ich sage hinzufügen, schon werden von der bestehenden Lagerortbasis die Menge 23 abgezogen. Und es werden mir 23 auf Raumstation Alpha aufgebucht. Das Ganze kann ich mir jetzt auch angucken. Raumstation Alpha. Wieder in die Lagerortdynamik. Raumstation Alpha hat jetzt einen Artikel, nämlich 7100. Und wenn ich den Artikel zum Beispiel auch sehen will, das kann ich hier. Ich kann mir bei diesem Artikel 7100 auch jederzeit die Historie angucken, Buchungshistorie. Dann sehe ich sofort, wenn ich ans Ende gehe, machen wir ein bisschen länger, wenn das Video dreht. Hier zum Beispiel, es wurden Photonentorpedos von der Basis genommen, 23 Stück. Und es wurden 23 Stück Photonentorpedos auf Raumstation Alpha aufgebucht. Das war demnach eine einfache Umlagerung. Jetzt kann ich natürlich auch jederzeit sagen, zeige mir mal, was auf Raumstation Alpha noch so ist. Dann würde ich auch problemlos den Lagerort hier oben aus Auswahl nehmen, sage Raumstation Alpha. Und Raumstation Alpha wird mir angezeigt. Momentan existieren dort nur die 7100 Toponentorpedos 23 Mal. Das ist auch wiederum identisch mit der Lagerortdynamik. Das seht ihr hier, Raumstation Alpha, 7100 23 Mal. Ihr könnt auf einem Lagerort oder auf einem Einsatzort verschiedene mehrere Artikel auch hinterlegen. Das seht ihr zum Beispiel hier. Im Regal Nummer 1 sind mindestens drei Positionen. Schauen wir uns mal an, indem wir in den Lagerort Regal 1 gehen. Und da sind die drei Positionen Edelmetall, Beutel und Surfernschuhe, die dort hinterlegt werden. Das heißt, ihr habt auch die Möglichkeit, Lagerorte mehrfach zu belegen oder gar nicht zu belegen. Und damit habt ihr große Freiheiten, wie ihr das Lagerortmanagement in AEWWS Lite verwenden könnt.